Early Bird Gang! Was zum Teufel? Yes Sir! Wolltest du gestern fragen, ob ich wenigstens noch auf Buru die Dailies mache? Natürlich. Das sind jeden Tag 16 Millionen Pena. In 13 Minuten. Natürlich mache ich die. Mehr als CSP ziehst du nicht ein? Warum hast du dann 20 aufgeladen? CSP kostet auch nur 10. Oder geht sich das nicht aus? Ich habe keine Ahnung. Geht sich das nicht aus oder was? Achtung hat es für einen anderen Account auf Buru? Ja, 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 ja. Battle Pass? Aber Battle Pass kostet 1,2. Battle Pass kostet 1200, nicht 800. Lasst fünfer nochmal auf. Oh, boah, Gala hat dich genau da, wo sie dich haben wollen, Bloodcore. Ich bin ja so auf. Oh mein Gott. Du kannst wegen einem Sinneres nicht angreifen. Ich habe eine Ahes Shoot gedroppt. Vielleicht hört er jetzt auf mich zu fragen, ob ich eine haben will. Was hast du gezogen beim Speed Set? Er kauft sich direkt eine Gacha Box. Er spielt zwei Minuten auf dem Server und kauft sich eine Gacha Box. das dallistisch. Ich bin ja gar nicht echt nicht neu in der ganzen Welt. Er ist geintragen, aber ich bin ja gar nicht so auf. Ich schaue hier nicht an der ganzen Welt. Es wird alles gut verändern. Ich bin jetzt auf und mistake hier. Ach, was war mir alles gut? Aber ich weiß nicht. Ich bin mir auch nicht, wenn ich das nicht mit mir geschaffen habe. Wer sind die? Autobots. Ich bin mehr Fan von den Decepticons, weißt du, deswegen habe ich die Autobots geskippt. Wow. Ah, das sind nur die Ironia und die Rapigl. Na gut, das ist gar nicht mal so wenig. Oh. Was ist nett, wie viel kann ich noch kaufen? I don't know. Aber auf jeden Fall kann man nur 20 insgesamt kaufen. Die Banks bangen dich trotzdem. Tja. Powerups kaufen? Ja, für Peña. Für Peña das. Aber nur Low Powerups. Aber besser als keine. Also das richtet sich hauptsächlich an Free-to-Play, Leute. Ihr Pay-to-Win-Guys habt ja alle euer eigenes Zeug. Ihr pumpt euch ja den harten Stoff in die Venen. Achtmal alle Quests machen treibt dann doch in den Wahnsinn. Hm, nö. Du darfst ja nicht alle Quests am Stück machen. Wenn du immer so ein, zwei Stündchen Quests hast und dann wieder levelst, dann passt das eigentlich. Zwingt dich ja keiner, jede Quest komplett durchzuziehen. Sobald du sie einmal angefangen hast. Mit nö meint er ja. Ich kann für mich selbst sprechen. Danke, Gespenst. Fischis. Und level up. Oh, was für ein Timing. Und level 70. Oh, neue Skills. Auf jeden Fall mal Water Mastery maxen. Und dann alle Masteries zumindest mal auf 1. Zack. Und dann haben wir hier Electric Shock level 5. Und hier auch mal auf 1. 2, 3. Party Skills auf 5 und 6. 123 Step-Punkte. Na gut, das geht sich ja sogar aus eigentlich. Meteor Shower ist der stärkste. Die kosten 120. Also Earth benutze ich am meisten. und Wind. Electric benutzt man gar nicht. Ich mach's mal so. Erstmal. Ja, wobei mach ich vorher auch noch, Max. Na gut, und das ist erst ab 75. Ach nee, dann passt schon. Machen wir das auch, Max. Ja, Moin, level 70 und Sefer ist alles, Max. Sehr easy. I am not a robot. I am not a robot. Aber wenn ich's besitze, dann brauch ich's. Wow. Typ, der ich meinte. Mit diesen komischen Strichmännchen im Namen. Strichmännchen Blade Strichmännchen, Strichmännchen, Strichmännchen Ringmaster Strichmännchen. Ah, natürlich, er. Uff, jetzt snackt sich jemand den Giant. Uff. Oder war das der? Damn. Wenn das nicht der war, dann, holy moly, war das Toxic. Er war's nicht. Alter. Alter, war das Toxic. Ich hätte sogar snacken können, so schnell wie der tot war. Oh oh. Das war knapp. Das wär bitter gewesen, eine Sekunde vor Level abgestorben.